Wenn wir an Stress denken, dann stellen wir uns gerne mal Menschen vor, die bei der Arbeit schwierige Situationen unter viel Druck zu meistern haben. Oder wir denken an Familien, die in der Weihnachtszeit viele Termine gleichzeitig koordinieren müssen. Stress können wir aber auch im Alltag empfinden, wenn sich Wäscheberge um uns türmen, wir das Gefühl haben, dass uns die Zeit wegrennt oder wir nicht alles unter einen Hut bekommen. Minimalismus kann uns helfen, das Alltagschaos besser zu bewältigen, denn es bedeutet eben nicht nur, weniger Gegenstände zu besitzen, sondern auch aus vielem den Druck und die Verpflichtung herauszunehmen. Auf andere mag das vielleicht manchmal ungewöhnlich wirken, unterm Strich sorgt es aber für einen deutlich entlasteteren Alltag. Sicherlich gibt es viele gute und manchmal eben auch anstrengende Tage und wir können nicht alles, was uns im Leben geschieht, kontrollieren. Was aber die kleinen Stressoren im Alltag angeht, da können wir mit Minimalismus proaktiv und entschleunigend gegenwirken. Mit kleinen Gewohnheiten und der Überdenkung von manchen Überzeugungen können wir schon dafür sorgen, dass zu viele Stressoren durch die Kumulation kleiner Stressoren gar nicht erst entstehen. Den Druck rausnehmen Ganz klar etwas nicht auf, wenn man sich selbst auch mal Ruhe gönnen und weniger Druck empfinden möchte. Erst vor ein paar Tagen habe ich gemerkt, unter wie viel Druck ich stand. Innerhalb von ein paar Tagen habe ich öfter mal die Geduld verloren und mich nicht so verhalten, wie ich das sonst so tue. Brooke McAleary beschreibt das in ihrem Buch auch sehr gut. Wenn etwas mich aus dem Konzept brachte, egal wie minimal, gab es für mich keinen Spielraum mehr und ich explodierte. Einfach, weil kein Puffer mehr da war. Durch Reflexion, konstantes Hinterfragen und auch aus der Haltung heraus eigene Fehler anzunehmen, können wir mit Minimalismus innehalten und nach konstruktiven Lösungen suchen. Denn Minimalismus bedeutet auch zu hinterfragen und den Fokus auf das Wesentliche zu lenken. Deshalb priorisiere ich in anspruchsvollen Arbeitsphasen zum Beispiel sehr stark. Alles, was akut gerade nicht bearbeitet werden kann, kann es eben dann einmal nicht. Ich bin jetzt zuletzt zum Beispiel vier Wochen krank gewesen, war unterwegs und unser Launch stand an. Es fiel mir sehr schwer, aber in dieser Zeit habe ich dann eben weniger gepostet, um den Launch vorzubereiten und zu Kräften zu kommen. Dafür kann ich mich jetzt nach dem Launch wieder besser darauf konzentrieren und habe auch wieder mehr Energie. Perfektionismus Wie viele würde auch ich gerne Aufgaben perfekt erledigen oder mein Leben noch optimierter gestalten. Und auf eine bestimmte Weise geht das auch, wenn man sich nämlich auf das Wenige beschränkt, was gerade wichtig und wesentlich ist. Minimalismus hat mir gezeigt, dass ich nicht perfekt sein muss und mein Fokus nicht der ist, dass andere Menschen mich dafür schätzen, wie schnell ich E-Mails oder WhatsApps beantworten kann, sondern dass ich in wichtigen Momenten für sie da sein kann und in einem Gespräch voll und ganz bei ihnen bin. Deshalb habe ich für mich beschlossen, dass es okay ist, E-Mails und SMS nach Priorität zu bearbeiten und jeden Tag nur das zu erledigen, was auch für mich zu schaffen ist. Da ich gerade mit meiner Freundin unsere kleine Firma Wabi Rituals gegründet habe, bedeutet das, dass unsere Gründung in meinem Leben gerade eine hohe Priorität hat und auch viel Arbeit in Anspruch nimmt. Deshalb arbeite ich zum Beispiel jetzt daran, wie ich hier Prozesse vereinfachen und auch Arbeit abgeben kann. Ich suche also nach Lösungsmöglichkeiten und neuen Wegen. Mini-Routinen für mal Achtsamkeit und Ruhe Achtsamkeit muss nicht unbedingt eine Tätigkeit sein. Manchmal reicht es auch aus, einfach zu sein, wahrzunehmen und zu beobachten. Wir halten zu selten inne und auch der Langeweile mal Raum zu geben, geschieht eigentlich kaum noch. Denn Langeweile oder Langeweilen bedeutet mal Pause zu machen, Ruhe zu fühlen und lässt Raum für neue Ideen und frischen Wind wieder zu. Broke McAleary schreibt zur Achtsamkeit, Zunächst verbrachte ich eine Weile mit dem Achtgeben für mich allein, wie Staubpartikel sichtbar durch die Sonne in unser Wohnzimmer wehten. Ich bemerkte die Augen meiner Tochter und wie sie leuchteten, wenn ich Ja sagte zum Spielen. Ich bemerkte den warmen Atem meines Sohnes, während er auf meiner Brust schlief und wie sich der Abschiedskuss meines Mannes am Morgen anfühlte. Ich bemerkte Worte und welche Gefühle sie ihn mir zurückließen. Achtsamkeit kannst du im Alltäglichen wiederfinden, indem du dich und deine Umgebung besonders intensiv wahrnimmst und dich darauf konzentrierst. Wir können Ruhe auch erfahren, indem wir uns durch Praktiken und Übungen etwas Gutes tun. Das kann sein, eine Yoga-Klasse oder Sound-Meditation in einem Studio zu besuchen, kreativ zu sein, draus zu sein, den Garten oder Beete zu pflegen, Sport zu machen, Musik zu hören, zu meditieren, zu lesen oder zu puzzeln. Oder indem du deinen Mitmenschen gegenüber aufmerksam bist und dich auf sie einlässt. Zum Beispiel ist mit Kindern zu spielen aus meiner Erfahrung eine wundervolle Übung, um achtsam zu sein. Wenn wir ein minimalistischeres Leben führen, können wir uns selbst ganz neu kennenlernen. Wenn wir bemerkt haben, dass wir manches nicht möchten, dann können wir das ändern. Wo vorher vielleicht nur ein dumpfes, ermattenes Gefühl war, das können wir jetzt besser benennen und nach Lösungen suchen. Mit Minimalismus als Lebensstil können wir lernen, uns abzugrenzen, zu hinterfragen, uns klarer zu positionieren und auch zu strukturieren. Wann empfindest du Stress und welche Strategien hast du dagegen? Teile es gern mit mir und der Community. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald! Wir sehen uns beim nächsten Mal.